Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judgment. So, gehen wir weiter plündern. Kämpfen. Revi, du hast einen fokussierten Schuss. Miss Pepper kommt da drauf. PC, du hast auch einen fokussierten Schuss. Achso, aber nicht für 200. Moment, halt, halt, halt. Achso, ein Geist, okay. Sehr gut. Bantivi ist okay da hinten. So, sie kommen. Okay. Ist okay. Was hätten wir da? Drei Besessene. Einen Besessenen. Das wäre interessant da hinten. Fangen wir mal da an. Ja, das geht doch. Wie weit sind die anderen? Die brauchen noch gut. Wie lange geht das noch? 400, ja. Ist okay. Okay. Pakt ist immer dahinter. kinder. Wo ist er denn? Da oben ist ein Geist, okay. Juhlmeier. Mach mal. Juhlmeier. 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 Genedra heil dich. Okay, brauchst nicht mehr. Okay. Immerhin, Lazarettausrüstung ist auch nicht schlecht, ja. So, und jetzt würde ich sagen, schicken wir euch in ein harmloses Gebiet. Fremd am Lagenfeuer. Nach so vielen Tagen in der Wildnis hat das Team Retter der Welt eine gewisse Routine gefunden. Bei Einbruch der Dunkelheit ist der Wachdienst bereits geplant. Die Zelte sind zur besseren Tarnung mit Schlamm und Blättern bedeckt und alle Spuren sind pflichtbewusst verwischt. Also ein Fremder mit erhobenen Händen in ihr Sichtfeld kommt und sind alle natürlich vorsichtig. Der Fremde sieht jedoch sehr zersaust aus, müde und verletzt. Er bittet nur um ein wenig Nachtruhe und etwas Nahrung. Ich würde sagen, wir geben etwas von unserem Brot, oder? Der Fremde nickt voll Dankbarkeit, spricht jedoch wenig, während er ist. Er wird immer geheimnisvoller. Wenn er spricht, wählt er sehr gerne gehobene Worte und klickt äußerst gebildet. Sein Verhalten jedoch wirkt nicht wie das eines Professoren oder Priesters, die er kennt. Stundenlang weicht der Fremde geschickt euren Fragen aus, bevor er wieder aufbricht. Holte er tief aus seinem Rucksack ein zerknittertes, aber gut erhaltenes Buch heraus. Er übergibt es euch mit dem Versprechen, dass es euch nützlich sein wird. Aha. Er gibt uns eine Trainingsanleitung. Sehr nett. Dankeschön. Ja. Ist okay. Die Retter der Welt sind da. Juhu. Jetzt wird es lustig. Zwei gefallene Engel, ein Geist. Also Geist, wieso bin ich dauernd... Ja, es waren ja noch Geister. Eine Legion und zwei... Schokobus, oder? Ja. Okay. Da ist ein gefallener Engel dabei. So. So, Kralchen, fokussierter Schuss. Emser und Kühe weg dann. Auch weg da. Sehr gut. Emser heilig. Emser heilig. Weg von der Legion. Weg von der Legion. Weg von der Legion. Sehr gut. Eine Forschung ist okay. So, dann schauen wir jetzt da wieder. Wir suchen ja mit denen gezielte her. Zwei, fünf, vier, oh Gott. Nehmen wir mal das da. Da sind ein paar dabei, wo ich mir denke, oh Gott. Okay, kämpfen. Ach, das ist wieder das andere. Ja, gut, egal. 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 Okay. Okay. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Ja, gut. So ein blödes Gebiet. Da unten hat man eventuell Deckung. Okay. 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 Ach, da unten. Ja, Achtung, da kommt jetzt wieder mehr. Jackson kann nicht mehr, Sir Carlchen kann noch. Sehr gut. Gab auch wieder eine, sehr gut. Die haben wir gesagt, geht. Aber wir müssen kurz die Leute durchgehen. Der hat noch. Crow. Shari. Blo. Emsa. Emsa. Ah, Kür. Ne, Kür kriegt auch einen Heilsetzer. Ja, ihr macht es da drüben weiter. Automatisch. 65 Wasser ist auch schon okay. Ich muss das jetzt wieder ausschalten. Ich sehe ja sonst nichts hier. Nö. Nö. Achtung, Moment mal. Wen haben wir noch da? Chaos, Frieda. Du gehst jetzt kochen. Brot. Tag. Du gehst auch kochen. Salate. Siby. So, was haben wir da? Wir wandern jetzt mal alle hinter den Schrott. Ach, du Schöße. Könnte eine Gruppe weggehen? Die Shari muss näher ran, verstehe. So. Kommen wir doch sicher wieder daher. Weiß nicht, ob das geschickt war. Da kommen's. Crow. Kommen alle. Blue. Wirkt da. Crow Vector. Dieser Pahlchen. Passt. Okay, gab wieder eins. Das heißt, die haben jetzt auch schon wieder drei. Was gibt's denn da noch Schönes? Auch gleich daneben. Vier gibt's. Puh. Nein. Alkohol und erste Hilfe. Muss das sein? Eigentlich nicht. Warte mal. Was haben die jetzt schon? Die haben doch jetzt schon drei. Genau. Hm. Die Kugeln kriegt man aus Plündermissionen. Mhm. 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 Die Kugeln kriegt man aus Plündermissionen. Und hier nirgends. Okay. Hier nirgends. Bei Wasser. Auch hier nirgends. Zeig mal. Wir gehen jetzt so los. Die anderen sind da. Nein, doch noch nicht. Okay. Doch. Okay, das geht. Dann macht's hier weiter. Kämpfen. Oh. Oh. Shari, da nach hinten. Jackson, da nach hinten, äh, Karlchen. Okay. Crow fokussiert den Schuss auf den da. Gürge Plündern. Okay. 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 Ich komme. Okay. So ist das okay. Was haben wir denn da? Alkoholstoffe. Also Alkohol nehmen wir immer, Stoff nehmen wir eigentlich auch immer, Erste Hilfe nehmen wir auch immer. Nehmen wir mal das da. Das sind jetzt nicht die. So gehört sich das. Auch schön. Was habt ihr alles schon? Ihr habt ja auch schon einiges. Sehr gut. Das kriegt ihr auch hin. Das dann auch. Kämpfen. Mälen. 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 Krull. Kahlchen. Krull musst du weg. Shari, heil mal Krull. Ist okay. Vier Legionen. Das ist leicht so zwischendurch. Krull. Jackson. Ah, schön wär's. Sarkalchen. Shari. Soviel zum Thema Einfach. Ich glaube wir bringen die nachher heim. Da oben. No, wer kann von euch? Blue. Sehr gut. Das ist okay. Wie schaut's denn aus bei euch mit Essen? Ihr habt nur 20 davon. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal Konserven aus. Ihr holt euch jetzt mal diese Konserven, ja. So. Sehr gut. Ein Dämonitbogen, das ist auch sehr gut. Ihr holt euch jetzt hier mal die Pfeiler. Ei, ei, ei. Das holt sich auch. Das könnte sich auch holen. Sehr gut. Wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Machen wir jetzt auch noch schnell und dann holen wir es zurück bei den Teams. Genau. Hier geht's mal da her und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Kämpfen wir lieber. Ja. So. Na komm. ... ... ... ... ... Oh. Oh. Okay. 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 Ungeduld zu zelten, gut, ja. Ich hatte doch vorhin noch einen Dämonen gesehen. Okay. So. Das ist gut. Und jetzt einmal zurückrufen. Ja, sie haben jetzt ein bisschen Essen mit. Das müssen wir öfters machen, dass wir es wegschicken und der Rest muss frischen oder ähnliches. Jetzt müssen sie vor allem Essen produzieren. Sibi. Talia. Mirel. Chris geht nachher daher. Automatisch. Oh. Oh. Genedra. Was tust du? Gut, dass ich euch auch zurückrufen wollte. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Baba. Lass uns ein bisschen schneller. So. Wer kommt vorher? Wer kommt vorher? Beide Gruppen gleichzeitig, gell? Also. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.